Der Holzmarkt stand am Freitagnachmittag ganz im Zeichen der Elektromobilität. Unter dem Motto, volle Ladung Zukunft, luden die Stadtwerke Jena die Besucher des Aktionstags dazu ein, die elektrisch betriebenen Fahrzeuge besser kennenzulernen. Neben Themen wie dem öffentlichen und privaten Laden konnten sich Interessierte auch über Alltagstauglichkeit, Akkutechnologien und Fördermöglichkeiten von E-Fahrzeugen informieren. So wollten die Stadtwerke mit Vorurteilen gegenüber der Elektromobilität aufräumen. Die Elektromobilität ist ein wesentlicher Baustein der Verkehrswende, ganz klar. Und wenn wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen wollen, dann ist die Elektromobilität einfach unumgänglich. Und es bietet einfach eine sehr umweltschonende Art der Mobilität und macht auch noch Spaß. Neben Informationsständen konnten die Besucher auch direkt aktivierte Ladekarten erhalten und die E-Fahrzeuge sogar selbst ausprobieren. Verschiedene Modelle von E-Autos und E-Rollern standen für Probefahrten zur Verfügung. Einige Partner des kommunalen Projekts Elektromobilität Jena 2030 stellten ihre dienstlichen und privaten Elektrofahrzeuge vor. Bei einem Gewinnspiel verlosten die Stadtwerke unter anderem Freiminuten mit den Evita-Rollern des Jenaer Nahverkehrs und ein kostenfreies Wochenende im Elektroauto. Die Stadtwerke engagieren sich ja schon seit ganz vielen Jahren in der Elektromobilität und wir werden das auch weiter vorantreiben. Wir werden weiterhin der Partner sein für Privatkunden, für das Gewerbe, aber auch für Unternehmen und gemeinsam den Weg beschreiten und sozusagen die Basis schaffen, dass die Elektromobilität sich weiterentwickeln kann. Um schon bei den kleinsten Interesse am umweltfreundlichen Fahren zu wecken, stand für sie eine Kinderstromtankstelle bereit. Hier konnten die Kleinen die E-Fahrzeuge betanken und anschließend auch fahren. Die Stadtwerke waren froh, nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder persönlich mit den Besuchern auf dem Aktionstag sprechen zu können und Elektromobilität erlebbar zu machen.